DFB Pokalfinale im 75. Der Griff ist am Ohr, der Finger ist am Ohr. Es gibt ein Kommando aus Köln und jetzt gibt's den Videobeweis. Die Anspannung auf dem Höhepunkt. Bange Moment. Kippt das Spiel jetzt doch noch? Zweier in der Review-Area, vor diesem Fernseher, wo er sich die Szene alle angucken kann. Ganz, ganz, ganz gespannte Stille in diesem Olympiastadion in Berlin. Felix Zweier wird womöglich mit seiner Entscheidung dieses Finale mitentscheiden. Das ist sein Job. Jetzt hat er die Szene, er sieht die richtige Perspektive. Das Spiel jetzt doch noch? Zweier in der Review-Area, vor diesem Fernseher, wo er sich die Szene alle angucken kann. Ganz, ganz, ganz gespannte Stille in diesem Olympiastadion in Berlin. Felix Zweier wird womöglich mit seiner Entscheidung dieses Finale mitentscheiden. Das ist sein Job. Jetzt hat er die Szene, er sieht die richtige Perspektive. Dreht sich jetzt um, geht in Richtung Spielfeld, was macht er? Er sagt Ecke, er sagt Ecke, kein Elfmeter für den FC Bayern München. Diesmal also kein Bayern, sondern Eintracht-Dusel. Aus dem dann diese Aktion resultiert. Und das ist die Chance, das Ding hier zu entscheiden. Und das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung für Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist Pokalsieger. Gavcinovic macht das 3 zu 1. Das ist von jedem Einzelnen genau das, was er sich mal erträumt hat. Und vor allen Dingen noch in so einem Spiel, nicht gegen die Bayern. Einfach als, ich glaube, kein Mensch auf dieser Welt hat gedacht, dass wir heute gewinnen können. Und ich glaube, genau deswegen haben wir gewonnen. Ein Moment für die Ewigkeit. Der ist durch, der ist durch, das Tor ist leer. Gavcinovic läuft und er läuft und er läuft und er macht das Tor.